Die Sonne, Quelle des Lebens und größter Energiespender des Universums. Eine gesicherte und ökologische Energieversorgung zählt zu den größten Herausforderungen für die Menschheit. Die Energieinsel GmbH stellt sich dieser mit modernen Energiekonzepten ganz individuell. Grundsätzlich machen wir Menschen unabhängig. Das ist unser Ziel, das ist unser Motto. Wir bringen Photovoltaikanlagen auf die Dächer der Einfamilienhäuser und die Werbebetreibenden und installieren dazu noch eine Batterie, um den Stromverbrauch so weit wie möglich zu senken vom Kunden. Und wir können das bis zu 8000 Kilowattstunden sogar auf 0 Euro bringen. Nach zehn Jahren Berufserfahrung im Photovoltaikgeschäft sah Geschäftsführer Rico Rückstadt Zukunft vor allem in der Speicherung von Sonnenenergie. Der 45-Jährige hatte den Mut zur Lücke und machte damit nicht nur sein eigenes Unternehmen unabhängig vom herkömmlichen Strommarkt. Die Energieinsel GmbH war geboren und hat für sich die Energiewende längst vollzogen. Die Installation von Sonnenkraftwerken wurde zum Geschäftsmodell. Wir haben die 100 kW-Anlage auf dem Dach. Die produziert den Strom für unseren Eigenverbrauch. Überschüsse, die wir nicht direkt verbrauchen, sammeln wir in unserem Batteriespeicher. Mit diesem Batteriespeicher haben wir auch unseren Traum von der Energieinsel wahrgemacht. Wir können uns hier auf unsere Insel begeben, auch bei Stromausfall, und können den Geschäftsbetrieb weiter aufrechterhalten und können sogar noch Elektroautos mitversorgen. Im futuristisch anmutenden Firmensitz befinden sich nicht nur 700 Quadratmeter Büro- und Ausstellungsfläche, auch 300 Quadratmeter Lagerfläche sind integriert. Hierher kommen potenzielle Energieinselkunden, um sich ein Bild von der benötigten Technik und möglichen Dachaufbauten zu machen. 25 Projektberater agieren vor Ort, sind aber auch in Berlin, Brandenburg und ganz Ostdeutschland unterwegs. Zu den Kunden gehören sowohl mittelständische Unternehmen mit großen Dachflächen als auch begeisterte Eigenheimbesitzer. Für die Montage braucht es Dachdecker und Elektriker gleichermaßen. Klasse, war wirklich gut. Also ich kenne Handwerker, die wirklich schwierig sind. Das war faszinierend heute. Da hat keiner gemurrt, die haben alles gemacht, sind im Haus rumgesprungen, haben wenig Hilfe von uns benötigt. Das war faszinierend. Lange Garantien und Sicherheit sind dem Unternehmen wichtig. Ebenso Zusammenhalt und Teamgeist. Der Erfolg gibt Ihnen recht. Etwa 300 Photovoltaikanlagen installiert die Energieinsel GmbH pro Jahr. Insgesamt kann der 45-Jährige auf weit über 1000 angeschlossene Systeme zurückblicken. Damit konnten bislang über 5000 Tonnen CO2 eingespart werden. Das entspricht etwa 20.000 gepflanzten Bäumen. Das entspricht etwa 20.000 gepflanzten Bäumen. ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020